jo was geht chrissy am start heute zeige ich euch wie eine coole glitch distortion macht dafür steppen wir rein in premiere ich habe meinen clip natürlich schon wieder in die sequenz gezogen und das was wir brauchen ist heute der effekt VR VR digitale störung den ziehen wir uns auf unseren clip drauf und wie ihr seht haben wir hier so eine tolle störung jetzt müssen wir ein paar sachen hier adjusten und zwar gehen wir in dem effekt auf verzerrung und sagen uns die farbverzerrung die soll 100 prozent sein und die verzerrungsrate die setzen wir auf null dann haben wir nämlich diese nervigen dinger nicht mehr und wie ihr seht haben wir jetzt hier schon mal so eine coolen distortion gemacht was wir jetzt noch machen ist wir gehen auf störung und sagen raus stärke 50 das sind jetzt natürlich nur so vorgaben von mir ihr könnt natürlich jederzeit das so machen wie ihr wollt also lasst euch das nicht immer alles vorgeben sondern macht euer eigenes ding draus so jetzt bewegen wir uns zu dem punkt an dem wir die glitch transition machen wollen und ich möchte das haben genau in dem moment wo sie auf dem boden landet das heißt in dem moment hier wo wir jetzt hier landen gehen wir in unsere master amplitude von VR digitale störung rein und setzen ein keyframe jetzt gehen wir mit den pfeiltasten drei steps zurück nämlich drei keyframes 1 2 3 und setzen hier die master amplitude auf null jetzt gehen wir insgesamt sechs keyframes wieder nach vorne nämlich 1 2 3 bis zu dem punkt wo wir landen und noch mal 1 2 3 zum schluss und sagen null jetzt sehe ich ich habe das ganze hier ein ein bisschen zu weit nach vorne zu weit zurück sind natürlich hier und wollen dann landen das heißt wir können alle keyframes markieren und schieben die hier an unsere stelle hier landet sie jetzt haben wir es zack sie springt hoch landet noch einmal um dem ganzen noch ein bisschen mehr ausdruck zu verleihen gehen wir auf bewegung und sagen unser footage soll 110 prozent groß sein und jetzt bewegen wir uns zu unserem allerersten keyframe und bewegen jetzt das bild immer links und rechts das heißt wir setzen jetzt hier ein keyframe bei position gehen ein frame nach vorne schieben das ganze nach rechts gehen ein frame nach vorne schieben das ganze nach links gehen ein frame nach vorne schieben das ganze nach links und so machen wir das spiel bis wir am ende unsere keyframes sind zack achso und am ende wollen wir natürlich wieder bei 1920 sein in unserer ausgangsposition und wenn wir das ganze jetzt abspielen lassen haben wir einen wunderbaren coolen glitch effekt hinbekommen habt ihr es gesehen zack das könnt ihr natürlich alles jetzt noch gestalten wie ihr das möchte ihr könnt ihr noch einen coolen sound effekt darunter legen um das ganze noch mal ein bisschen zu verstärken aber ich wollte euch den effekt einfach nur mal zeigen ohne third party plugins so ich hoffe das tutorial hat euch gefallen wenn ja und ihr bock habt auf noch mehr primäre tutorials dann checkt mal meinen channel ab lasst ein abo da glocke aktivieren ansonsten haut erstmal rein vielen dank fürs schauen bis zum nächsten mal hadi ja 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 ja